Zu der stark rhythmisierten, drängenden Musik bewegen Sie sich in einer dem Rhythmus angepassten, hüpfenden Tanzfigur. Wenn Sie nicht unter dem Einfluss irgendwelcher, den Kreislauf sehr stark beeinflussenden Medikamente stehen, können Sie bedenkenlos dieses Training anwenden. Die Musik von Köln und Köln und Köln und Köln und Köln und Köln. Die Musik von Köln und Köln und Köln und Köln und Köln. Die Musik von Köln und Köln und Köln und Köln und Köln und Köln und Köln. Die Musik von Köln und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017